Das Hotel La Quinta Inn & Suites Secaucus liegt in Secaucus in New Jersey. Das Hotel La Quinta Inn & Suites Secaucus ist beliebt unter den Gästen. 84% empfehlen das Hotel. Weiter, 39 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,4 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,7 von 6 Sonnen. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,6 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,4 von 6 Sonnen bedanken. Service. Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4,4 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie. Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4,1 von 6 Sonnen bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme. Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogramm. Bewertet werden diese mit 4 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.